Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema vorgenommen, auf das ich mich tatsächlich auch freue und mit dem ich mich gerade in der Vorbereitung unglaublich lange beschäftigt habe. Ich glaube, das wird man nicht sofort sehen, wie viel Arbeit in diese Präsentation geflossen ist, die ich heute für euch habe. Aber ich habe mir wahnsinnig viel angeschaut, was es am Ende nicht ins Video geschafft hat. Ich habe mir nämlich eine ganze Reihe an Steuerlösungen, Steuertools angeschaut. All die Steuererklärungslösungen, die es da so am Markt gibt, habe ich mir zugegebenermaßen nicht alleine angeschaut, aber ich habe mir auch eine ganze, eigentlich alle mindestens auch einmal selber angeschaut. Aber wir hatten da eine ganze Runde an Leuten, wo wir Accounts erstellt haben, wo wir Steuererklärungen gemacht haben, geguckt haben, wie es was erklärt, hat, wie funktioniert eigentlich was, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile und was funktioniert eigentlich besonders für Selbstständige gut und was nicht. Und ich würde mal sagen, die konsolidierten Lernergebnisse, die möchte ich euch in diesem Webinar, im Livestream in den nächsten, ja, ich denke so 40 bis 50 Minuten vorstellen. Das große Problem, warum das Ganze notwendig ist, ist, dass es halt als Selbstständiger nicht ganz so einfach ist, da das richtige Tool zu finden. Als Angestellter ist das ganze Leben irgendwie ein bisschen einfacher, wenn man irgendwie alles nutzen kann. Das ist als Selbstständiger leider nicht so. Und deswegen dachte ich mir, auch weil ich das selber für mich immer das Problem habe. Und meine Frau ist selbstständig, meine Eltern sind beide selbstständig, ich war über zehn Jahre selbstständig. Das heißt, ich habe auch immer das Problem gehabt, dass ich auf der Suche war nach dem richtigen Tool. Und die Frage habe ich jetzt ein für alle Mal beantwortet. Und die Antwort bekommt ihr auch zeitnah. Aber ich möchte zum Punkt kommen. Und zwar möchte ich euch mitnehmen auf meine Präsentation. Und zwar sind wir hier. Wir schauen uns an, alle Steuertools, die es so gibt und die ihr nutzen könnt als Selbstständiger. Das ist die wichtige Voraussetzung. Hier geht es wirklich um Selbstständige. Die Frage habe ich auch vorab bekommen. Auf wen gehe ich denn hier jetzt eigentlich ein? Ich möchte insbesondere auf Soloselbstständige eingehen, also Rechtsform Einzelunternehmen in Deutschland, also Freiberufler und Gewerbetreibende. Die allermeisten von euch werden mit ziemlicher Sicherheit, weil die allermeisten Abonnenten in diesem Kanal, auf diesem Kanal quasi Soloselbstständig sind, werdet ihr eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Ihr könnt trotzdem auch quasi dabei und dranbleiben, wenn ihr eine Bilanz erstellen müsst. Auch dann helfe ich euch ein bisschen weiter mit dem einen oder anderen Tipp. Genau. Wenn ihr jetzt eine GmbH habt, eine GmbH und CoKG, eine Aktiengesellschaft und was auch immer, dann tut es mir leid. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Aber dann habe ich heute tatsächlich leider keine Antworten für euch. Weil, genau, es geht hier jetzt um Freiberufler und andere Selbstständige. Und ich muss hier einmal kurz noch ein bisschen umbauen, damit ich gut weiterklicken kann. Und zwar schauen wir uns insbesondere die Angelegenheit an. Also, das Ganze soll irgendwie digitalisiert werden. Ihr kennt das mit Sicherheit noch, die ganzen Formulare. Ich habe sie alle einfach mal eingescannt. So leicht lässt sich eine digitale Steuererklärung machen. Ja. Ist nicht besonders hilfreich. Aber die einen oder anderen von euch kennen das vielleicht noch. Diese ganzen Formulare, die gab es früher immer noch. Und tatsächlich sind die Formulare auch heute noch wichtig, selbst wenn ihr diese Formulare Gott sei Dank nie wieder anfassen müsst. Weil die Logik der Formulare, früher war das ein ganzer Stapel und da hat man einmal einen Mantelbogen gehabt und da hat man eine ganze Reihe an Anlagen gehabt. Anlage N und Anlage G und S und Anlage EÜR und Anlage Kind und Anlage AV und all die ganzen Dinge. Aber die Logik von Steuertools, also Einkommensteuererklärungs-Apps, die ist ganz häufig noch aufbauend auf diesen Formularen. Und deswegen, wenn ihr euch früher ganz gut in diesen Formularen zurechtgefunden habt, dann habt ihr immer noch einen Vorteil, weil ihr dann tatsächlich euch in einigen Tools einfach besser zurechtfindet. Aber darüber möchte ich, also ich möchte über die Formulare nicht so besonders viel reden, sondern ich möchte vor allen Dingen darauf eingehen, welche Tools gibt es denn eigentlich für die Selbstständigen? Also was könnt ihr denn nutzen, also an smarteren Lösungen als jetzt die Papierbelege? Und da gibt es, also da muss man vielleicht auch erstmal unterscheiden von, welche Aufgaben hast du eigentlich als Selbstständiger? Als Selbstständiger musst du ja mehr machen, als einfach nur einmal im Jahr eine Einkommensteuererklärung. Das ist das, was Angestellte machen müssen. Wenn ihr einfach nur einen Job habt und nur ein Angestelltenverhältnis habt, dann müsst ihr einmal im Jahr einfach eine Einkommensteuererklärung machen. Wenn ihr selbstständig seid, müsst ihr allerdings eine laufende Buchhaltung irgendwie machen. Die Frequenz, wie häufig ihr das machen müsst, hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Umsätze ihr macht und wie häufig ihr eine Umsatzsteuerform-Meldung abgeben müsst. Ihr findet zu dem Thema übrigens auch noch eine ganze Reihe an weiteren Videos zu all den Themen, zu denen ich heute spreche, auf unserem Kanal. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall einfach auch den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet. Das heißt aber, ihr habt die ganze laufende Buchhaltung inklusive Umsatzsteuerform-Meldung, eventuell auch inklusive zusammenfassender Meldung und so weiter. Das fasse ich einfach alles mal zusammen unter Buchhaltung. Dafür braucht ihr eine Lösung. Und ganz wichtig, am Jahresende müsst ihr irgendwie das Ergebnis rauslassen können. Und da scheitern schon die ersten Tools. Das wird für die meisten von euch eine Einnahmenüberschussrechnung sein. Es gibt einen Unterschied tatsächlich zwischen Einnahmenüberschussrechnung und Bilanz. Und das ist ein großer Unterschied. Freiberufler dürfen unabhängig von Gewinnen und Umsätzen immer eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Bei Gewerbetreibenden ist das, wenn sie quasi nachhaltig über 60.000 € Gewinn im Jahr sind oder 600.000 € Umsatz im Jahr sind, dann müssen sie irgendwann bilanzieren und dann müssen sie eine Bilanz erstellen. Das Ganze ist deutlich aufwendiger und hat auch tatsächlich noch eine ganze Reihe an weiteren Anforderungen an die Software. Eine Einnahmenüberschussrechnung ist, was Bürokratie betrifft und auch der Workaround betrifft, immer etwas einfacher. Und das ist all das, was ihr quasi so machen müsst. Ein wichtiger Punkt noch. Warum ist das wichtig, auch jetzt schon an das Thema EUR zu denken, ist, weil es wahnsinnig frustrierend ist. Es gibt viele vermeintliche Buchhaltungstools oder smarte Lösungen, wo ihr zwar die Buchhaltung macht, wo ihr aber keine Einnahmenüberschussrechnung quasi bekommt. Das bedeutet, dass ihr zwar irgendeine Auswertung bekommt, irgendeinen Report bekommt, aber halt tatsächlich einfach kein, also nicht das richtige Format habt. Und ihr habt einfach nichts davon und ich kann das ja einfach mal auch einfach so sagen. Debitor beispielsweise, Debitor ist so ein Online-Buchhaltungsprogramm, das gehört zu SumUp, das macht irgendwelche Reports. Diese Reports sind aber ganz wild zusammengewürfelte Zahlen und ihr habt am Jahresende echt ein riesengroßes Problem, wenn ihr diesen komischen Debitor-Report in eure Steuererklärung eintragen müsst, weil das alles anders heißt und anders aufgeteilt ist und anders gebündelt ist und so weiter. Also da habt ihr extrem viel extra Zusatzaufwand, entweder macht ihr selber oder ihr habt einen Steuerberater, aber dann hat der Steuerberater extrem viel Zusatzaufwand, den ihr ihm bezahlen müsst und das ist super extrem frustrierend und deswegen würde ich dir von vornherein, also wenn ihr ein Tool aussucht, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr das gesetzlich vorgeschriebene IÜR-Format quasi auch bekommt in der App. Und ihr könnt es meistens schon daran erkennen, wenn da nicht IÜR steht, sondern monatliche Auswertung oder Report oder Finanzübersicht oder sowas, dann ist es meistens keine IÜR. Wenn ihr eine IÜR wollt, dann steht in der Regel auch IÜR dran und es gibt einen Grund, warum Unternehmen das manchmal nicht dran schreiben, weil es das halt einfach nicht ist. Und dann müsst ihr einmal im Jahr, auch ganz wichtig, mehrere Steuererklärungen abgeben. Und zwar einmal die betrieblichen Steuererklärungen, das ist quasi alle, ich komme nachher dazu, warum ich da einen Unterschied mache. Die betrieblichen Steuererklärungen ist die Umsatzsteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung. Alle Freiberufler unter euch, die müssen natürlich keine Gewerbesteuererklärung machen, die müssen nur eine Umsatzsteuererklärung machen. Und übrigens auch Kleinunternehmer. Also Marcel, wie ich das richtig verstehe, bist du offensichtlich Kleinunternehmer oder beschäftigst dich mit dem Thema. Das wissen viele nicht. Auch als Kleinunternehmer musst du tatsächlich einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Das bedeutet nicht, dass du Umsatzsteuer auch zahlen musst, aber du musst unbedingt trotzdem eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Aus dem einfachen Grund, weil du die Kleinunternehmerregelung nur dann in Anspruch nehmen kannst, wenn du unter diesen Umsatzgrenzen bleibst. Das Finanzamt weiß aber nicht, wie viel Umsatz du machst, wenn du keine Umsatzsteuererklärung abgibst. Das heißt, du machst eine Umsatzsteuererklärung, setzt einmal den Haken bei, ich war Kleinunternehmer und dann hat es sich erledigt und dann musst du auch keine Umsatzsteuer zahlen. Aber du musst die Erklärung trotzdem abgeben. Ist extrem wichtig für euch, weil ihr dadurch natürlich ein Tool braucht, was eine Umsatzsteuererklärung erstellen kann und eventuell auch eine Gewerbesteuererklärung. Also allein diese Anforderung disqualifiziert schon 80, 90 Prozent der Steuererklärungstools, die da so am Markt sind. Und dann ganz am Ende müsst ihr eine Einkommensteuererklärung abgeben. Das ist vermeintlich das leichteste, da gibt es auch die meisten Lösungen und Tools und Apps und weiß der Geier was für, einfach aus dem einfachen Grund, weil das wirklich jeder machen muss. Auch Angestellte, gut, die müssen es nicht zwingend machen, unter bestimmten Voraussetzungen ja, aber die müssen, also sind nicht gesetzlich dazu verpflichtet einmal im Jahr eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Ihr als Selbstständiger aber schon. Und auch da der Punkt, auch das höre ich immer regelmäßig, aber ich verdiene auch gar nicht so viel oder ich mache ja noch Verlust und deswegen muss ich das nicht machen. Doch, eine Steuererklärung müsst ihr immer abgeben. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ihr auch tatsächlich Steuern zahlen müsst, aber die Erklärung müsst ihr auf jeden Fall trotzdem immer abgeben. Schauen wir uns einmal ganz kurz die einzelnen Schritte an. Wir schauen uns einzelne, also die wichtigsten Tools auch nochmal Schritt für Schritt genauer an, aber für den ersten Schritt und ehrlicherweise auch den großen Blocker, da habe ich sogar extra noch dazu geschrieben. Guck mal, auf der Slide, warum auch immer ich auf der Slide die Umsatzsteuervoranmeldung euch unterschlagen habe, habe ich auf der nächsten Slide reingeschrieben, du brauchst unbedingt unterjährig eine Lösung für deine Buchhaltung, also die laufende Erfassung, Rechnung rein, Rechnung raus, Bank und so weiter und für die Umsatzsteuervoranmeldungen plus die Einnahmenüberschussrechnung, die ihr machen müsst, einmal im Jahr. Und das ist das Beispiel, was ich erwähnt habe. Debitur ist ein Beispiel, hat nie eine vernünftige Auswertung gehabt am Jahresende, was immer dazu geführt hat, dass ihr einmal im Jahr, wenn ihr die Steuererklärung gemacht habt, einen riesen manuellen Hin- und Herrechenaufwand hattet. Viele Stunden meines Lebens sind in die Umrechnung von Debitur-Auswertungen in das EUR-Format geflossen. Und deswegen solltet ihr von vornherein darauf achten, dass ihr da eine Lösung habt, die das kann. Ich habe zwei Empfehlungen an dieser Stelle. Einmal eine nicht ganz uneigennützige und zwar Contest. Tatsächlich gibt es Contest einen Buchhaltungsplan. Also wir, die Contest Steuerberatung sind eine Steuerberatungsgesellschaft, wir übernehmen alles für euch. Wir können aber auch tatsächlich einfach nur die Buchhaltung für euch übernehmen. Also Contest als App und ihr dann als, also die laufende Buchhaltung können wir dann komplett für euch machen. Das ist ein Angebot, das ist gar nicht so wahnsinnig bekannt, weil es irgendwie immer auch so ein bisschen untergeht, neben dem Steuerangebot und quasi dem All-Inclusive-Angebot. Ich poste euch das aber trotzdem mal in den Chat rein. Und vielleicht kann ich auch, ich gucke gerade mal, vielleicht kann ich euch das auch einmal ganz kurz zeigen. Genau. Ihr habt das Angebot, habe ich gerade reingepostet. Das heißt, wir können komplett für euch die Buchhaltung machen. Das ist quasi so das, wenn ihr es abgeben wollt. Das heißt, wir, also die Contest Steuerberatung, erledigen für euch die laufende Buchhaltung. Ihr kriegt einmal im Monat den Reminder, wo wir sagen, ey, deine Umsatzsteuerformmeldung ist fertig. Und dann kannst du die Umsatzsteuerformmeldung nochmal checken und dann selber übermitteln. Und zwar mit Contest tatsächlich. Ich kann euch da tatsächlich keine echten Daten zeigen. Hier gibt es aber einen interaktiven Prototypen, den wir uns einmal kurz anschauen können. Den könnt ihr euch ganz in Ruhe später selber noch anschauen. Jetzt lädt er aber ganz schnell. Genau. Ihr seht dann in der Browser-Version, seht ihr die Möglichkeit, habt ihr die Möglichkeit, also einmal, ihr macht das einmal im Monat, einmal im Quartal, wann ihr das machen müsst. Dann kriegt ihr die Benachrichtigung und sagt, ey, die Umsatzsteuerformmeldung ist fertig, jetzt Juni für 2021. Dann geht ihr noch da drauf. Denn hier seht ihr übrigens überall, jederzeit, und das ist nicht nur im Demo so, ihr seht immer ein Bild von jungen Melchior von mir, wo ich noch jung und frisch und agil war. Das seht ihr dann hier einfach immer. Genau. Und dann könnt ihr da drauf gehen, ihr seht einmal alle Kosten aufgelistet, könnt dann auch nochmal hingehen, könnt eventuell nochmal Dinge anpassen und dann könnt ihr das bestätigen und einfach sagen auf, ja, gefällt mir, jetzt übermitteln und dann habt ihr das übermittelt. Und ihr könnt natürlich auch für die ganzen Vormonate euch immer angucken, was ihr da mal übermittelt habt und könnt euch die ganzen Übertragungsprotokolle anschauen. Das ist tatsächlich so, wie Kontis Buchhaltung aussieht. Kennen gar nicht so wahnsinnig viele, deswegen wollte ich das einmal ganz kurz vorstellen. Ist jetzt aber auch jetzt, ja, ist jetzt nicht das Riesending. Wenn du sagst, nee, ich will lieber ein vollständiges, vollwertiges Buchhaltungsprogramm, dann kann ich das auch hundertprozentig verstehen, dann ist meine Empfehlung LexOffice. Mit denen habe ich inhaltlich so nichts zu tun, außer, dass ich sie wirklich gut finde und sie deswegen ständig empfehle. Aber LexOffice ist wirklich ein vollwertiges Cloud, also Online-Buchhaltungsprogramm. Ihr könnt natürlich auch andere Buchhaltungsprogramme verwenden. Ihr solltet aber, wenn ihr euch für ein Buchhaltungsprogramm entscheidet, solltet ihr immer auf einen Punkt achten, auf den ich auch einmal ganz kurz eingehen möchte. Und zwar finde ich ihn, finde ich ihn gar nicht so schnell. Und zwar solltet ihr, LexOffice GOBD, solltet ihr immer darauf achten, dass die Buchhaltungssoftware, die ihr benutzt, GOBD-konform ist. Was ist GOBD-konform? Das ist quasi die Grundsätze der ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen. Also eine gesetzliche Vorschrift und große wichtige Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die testen regelmäßig Software. Aber nur, wenn die Software das will. Und wenn ihr ein Buchhaltungsprogramm auswählt, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass so etwas existiert. Also so ein GOBD-Testat. Deswegen meine persönliche Empfehlung, nutzt LexOffice. Wenn ihr aber was anderes benutzen wollt, macht euch bitte vorher schlau, ob dieses Testat da ist und ob diese Software tatsächlich geprüft ist. Wenn sie es nämlich nicht ist, dann habt ihr ein entscheidendes Problem und das Problem heißt, wenn ihr eine Betriebsprüfung habt, dann kann das Finanzamt grundsätzlich hingehen und sagen, ey, du hast ja gar kein Buchhaltungsprogramm benutzt, du hast ja irgendwas anderes verwendet. Jetzt, das geht so aber nicht. Und wir glauben dir dann der Buchhaltung nicht mehr, weil da konntest du ja drin rumlöschen und verändern und solche Sachen. Und irgendwie war das nicht vor Manipulation geschützt. Wir glauben dir jetzt einfach nicht mehr und jetzt machst du bitte alles nochmal oder du machst es nicht nochmal, aber wir schätzen mal, wie viel Umsatz du gemacht hast. Und solche Schätzungen sind immer zu deinem Nachteil. Deswegen dringend immer darauf achten, dass die Software, die ihr verwendet, GOBD-konform ist. Das Ganze ist bei unserem Angebot ein bisschen anderes, weil bei unserem Angebot machen wir tatsächlich die Buchhaltung. Also du schickst uns einfach die Unterlagen in der Contest-App, nutzt das ganz normal, kriegst einmal im Monat das zur Verfügung gestellt und dann machen wir das. Also das heißt, es ist eine Leistung, eine gekonnte Steuerberatung, dass wir einfach die laufende Buchhaltung für dich machen. Natürlich ist das trotzdem so konform, wie es nur irgendwie geht, aber wir sind keine Software, wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft. Das ist der Unterschied, wofür du dich entscheidest, das ist up to you. Kannst du dir überlegen, ist immer eine Preis-Leistungs-Überlegung. Vielleicht da noch ein Punkt dazu, bei uns der Buchhaltungsplan, der kostet 39 € im Monat. Das heißt, für 39 € buchen wir das auch für euch und LexOffice startet bei 5,02 € und geht hoch bis 21,16 €. Das ist so der Preisrahmen. Finde ich beides sehr angemessen, um es mal so zu sagen. Wenn ihr dazu Fragen habt zum Thema Buchhaltung, dann schreibt die idealerweise jetzt, weil ich gehe dann vor allen Dingen gleich sehr viel auf die ganze Steuererklärung ein. Markus schreibt gerade, für Tätigkeit im Onlinehandel sofort bei der Wahl eines Tools an OSS denken. 10.000 € über alle EU-Länder sind fast sofort erreicht. Genau, generell ist das ganze Thema One-Stop-Shop ein wahnsinnig relevantes Thema. Das würde hier leider auch jetzt vollständig den Rahmen sprengen, aber ganz wichtiger Hinweis, danke Markus. Wenn ihr im Versandhandel tätig seid, so heißt das im Umsatzsteuergesetz, dann müsst ihr euch unbedingt mit OSS auseinandersetzen, also OSS. Da gibt es auch ein Video bei uns auf dem Kanal, das könnt ihr erst mal anschauen, um mal so einen ersten Einblick dazu zu bekommen. Michelle, vielleicht magst du das einmal kurz raussuchen und hier reinteilen. Ein One-Stop-Shop. Und dann gibt es, das sind meine Freunde von TaxDo. Das ist ein Unternehmen, die kümmern sich dafür, dass man da die ganzen umsatzsteuerlichen Auflagen, Regulatorik, die ihr als E-Commerce-Händler habt, das erfüllt. Und die werden euch auch sagen können, was ihr da exakt machen könnt und welche Software jetzt für Versandhandel besonders interessant sind. Ehrlicherweise hilft da denn auch so ein LexOffice. Da solltet ihr nach einer speziellen Lösung für Versandhandel suchen, weil in der Regel, wenn ihr einigermaßen erfolgreich seid, habt ihr eine ganze Reihe an Transaktionen und ihr wollt da nicht drei Tage die Woche sitzen, um manuell Belege abzutippen. Markus schreibt außerdem, was fällt am Jahresende für die Erstellung einer EUR und quantalsweise für OS raus, wenn Contest nur die Buchhaltung macht? Markus, um dich enttäuschen zu müssen, wir haben uns tatsächlich aktuell dazu entschlossen, kein Versandhändler, also kein E-Commerce anzunehmen. Gerade wegen den ganzen Veränderungen und so weiter. Ich kann dir da wirklich TaxDo erst mal an Erstanlaufstelle empfehlen. Mit denen sprechen wir auch, ob man das in Zukunft noch anders machen kann und so, aber tatsächlich E-Commerce können wir aktuell nicht abdecken. Markus fragt außerdem, Mensch Markus, schön, dass du da bist. Jetzt hast du die Nachricht zurückgezogen. Sorry, wenn ich dich gerade mit meiner Antwort voll enttäuscht habe. Wir sind aber beim Thema Buchhaltung. Was braucht ihr? Das ist natürlich nicht alles, was ihr machen müsst. Spannender oder interessanter, attraktiver oder ich will mal sagen, aktuell auch mehr in den Presse und Medien und so weiter ist das ganze Thema Steuererklärungen. Das heißt betriebliche und private Einkommensteuererklärung. Also privat ist immer die Einkommensteuererklärung, betriebliche sind immer Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Und da habt ihr ein riesengroßes, fettes Problem, wenn ihr selbstständig seid. Und das fette Problem heißt, da funktioniert alles nicht als Selbstständiger. Das heißt, es gibt so viele Tools und wir haben uns wirklich und deswegen, ich habe eingangs gesagt, ich habe noch nie so viel Zeit in eine Vorbereitung auf ein Webinar gesteckt wie in diesem Webinar, weil ich mir wirklich 12, 13, 14 Steuertools angeguckt habe. Und es gibt inzwischen echt einige richtig geile Steuer-Apps, die man bedienen kann, Smartphone runtergeladen, echt super interaktiv. Textfix behauptet, dass man eine Steuererklärung in 20 Minuten erstellen kann. Auch nur deswegen, weil sie die ganzen komplizierten Fälle halt nicht machen und Selbstständige sind halt leider zu kompliziert für diese Tools. Das heißt, es gibt wahnsinnig schöne, attraktive Tools, die gehen aber alle nicht für Selbstständige. Deswegen alle leider gesperrt. Als Selbstständiger hat man da irgendwie immer große Nachteile. Aber keine Angst, ich komme gleich noch dazu, welche für euch am besten geeignet sind und die schauen wir uns dann auch gemeinsam an und ich beantworte auch zu den einzelnen Tools, die einzelnen Fragen. Wie gesagt, ich habe da wirklich die Einkommenssteuer, die Fälle eingetragen und rumgespielt und ausprobiert. Ich weiß jetzt gerade wirklich auf Stand von vorgestern, weiß ich, welche App was kann. Wenn ihr euch generell für eine Software, für die Steuererklärungen entscheidet und das war wirklich vor ein paar Jahren noch absolut Horror. Ich bin in meinem Leben über 10 Jahre selbstständig gewesen. Das heißt, meine erste Steuererklärung habe ich gemacht vor 13 Jahren, 14 Jahren oder so. Ich gebe an dieser Stelle auch zu, dass ich die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit keine Steuererklärung abgegeben habe. Das habe ich irgendwie in der Schule nicht gelernt. Ich kann das jetzt sagen, weil es über 10 Jahre her ist. Kann ich euch dringend nicht empfehlen, also wirklich nicht empfehlen. Ist aber, keine Ahnung, hat mir keiner gesagt. Ich bin dann damit irgendwann auf die Schnauze geflogen, habe das alles nachgeholt, habe aber natürlich versucht, mich so rauszuwinden, dass es für mich einigermaßen günstig war. War nicht günstig, kann ich euch sagen. Deswegen, ihr solltet unbedingt die Steuererklärung machen. Und bei der Tool-Auswahl solltet ihr auf ein paar Punkte achten. Erstens Leistungsumfang, das heißt, kann die Software eigentlich all das, was ich brauche. Das beinhaltet dann auch tatsächlich, kann das Tool dann auch eine vernünftige Einnahmenüberschussrechnung machen. Kann das Tool eine Gewerbesteuererklärung machen, wenn ich das brauche. Und ihr braucht auch eine Lösung, mit der ihr zum Beispiel eine zusammenfassende Meldung machen könnt. Ihr könnt natürlich auch mehrere Tools verwenden. Also ihr könnt zum Beispiel ein Buchhaltungsprogramm benutzen und wenn das keine zusammenfassende Meldung kann, by the way, LexOffice kann das. Und wenn ihr die Buchhaltung quasi an uns gebt, dann können wir das auch. Also wir machen es halt einfach für euch. Das geht, aber es gibt halt ganz viele Tools, auch Buchhaltungsprogramme, die können keine zusammenfassende Meldung. Und da solltet ihr natürlich darauf achten, dass all das, was ihr machen müsst, Markus hast ja einen hervorragenden Hinweis gegeben, wenn du im Versandhandel tätig bist, dann musst du darauf achten, dass One-Stop-Shop irgendwie abgedeckt ist. Und wenn schon nicht als eigene Funktion, dann aber zumindest als Anbindung zu einer anderen Lösung. Und deswegen würde ich da immer gucken, wo ist das Bottleneck, um es mal so zu sagen, also wo wird es am schwierigsten, Tools zu finden. Und wenn du im Versandhandel bist, dann würde ich als erstes bei Texto nachfragen, welche Software oder welche Buchhaltungsprogramme die haben und mit wem sie zusammenarbeiten, damit du da eine Empfehlung hast. Und wenn du schon mit mehreren Tools arbeiten musst, dann sollten die natürlich vernünftig miteinander arbeiten. Das ist mein großer Riesen-Pain gewesen, wenn ich zum Beispiel mit Debitur meine Buchhaltung gemacht habe, aber mit dem Steuererklärungstool, ich verrate euch nachher, mit welchem Steuererklärungstool ich die ganze Zeit meine Steuererklärung gemacht habe, dann war das echt super ätzend, weil ich konnte die Daten nicht einfach übertragen. Ich konnte aber auch tatsächlich selbst mit ausgedruckt oder mit PDF nichts anfangen, weil das Format einfach ein ganz anderes war. Und das ist auch der dritte Punkt. Ihr braucht unbedingt die richtigen Auswertungen und auch die Auswertungen, die ihr unbedingt, also die für euch wichtig sind. Und auch da zeige ich euch einfach nur ganz kurz, wie eigentlich so eine Einnahmenüberschussrechnung aussehen sollte. Ich zeige euch einfach mal eine Mustereinnahmenüberschussrechnung von uns. Also klar, gibt es auch in diesem grünen Formular, aber dass ihr einfach nur mal wisst, woran erkenne ich eigentlich, ob ich vor einer EUR sitze oder ist mein Report oder meine Auswertung vielleicht was ganz anderes. Ich glaube, das ist ein bisschen klein, das mache ich ein bisschen größer. So sieht die ganze Angelegenheit aus. Ihr seht einmal oben, Kontist Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Auswertung, also ja, es ist eine unterjährige Einnahmenüberschussrechnung in dem Fall, aber der Aufbau ist bei uns exakt der gleiche. Das heißt, ihr seht 1.1.22 bis 31.3.22. Dann habt ihr oben einmal alle Betriebseinnahmen, alles aufgelistete Betriebseinnahmen aus umsteuerlicher Kleinunternehmer, umsteuerlicher Betriebseinnahmen, umsteuerfrei, nicht umsteuerlicher und so weiter, bla 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 bla. Und dann Strich drunter, Summe Betriebseinnahmen. Und wenn ihr jetzt euch irgendwo einloggt bei Elster Online oder euch tatsächlich auch vor die Papierformulare setzt, dann seht ihr genau in dieser Reihenfolge diese Felder. Und natürlich ist das schön, wenn das einfach automatisch übertragen werden kann, aber wenn das schon nicht geht, dann solltet ihr doch zumindest darauf achten, dass ihr einfach wirklich exakt den gleichen Aufbau habt, weil sonst habt ihr ein riesen blödes Hin- und Hergerechnet und so weiter und dann ist das Ganze unübersichtlich. Und dann habt ihr alle Betriebsausgaben aufgelistet, Waren, Rohstoffe, Hilfsstoffe, bezogene Fremdleistungen, AFA, also Abschreibungen, Auflösung, Sammelposten, beschränkt abziehbare Betriebsausgaben und so weiter. Hier ist wirklich sehr, sehr viel eingeblendet und ihr seht da auch jetzt so ein bisschen, die Zahlen sind bei weitem ja nicht alle da. Dann habt ihr aber einmal einen Strich drunter, Summe Betriebsausgaben, habt ihr unten drunter nochmal die Berechnung, Jahresüberschuss, sitze ich glaube ich gerade im Weg, Jahresüberschuss, achso, ich kann mich ausblenden, glaube ich. Hier seht ihr unten Jahresüberschuss, Summe Betriebseinnahmen, Summe Betriebsausgaben, Gewinn, Verlust und dann gibt es nochmal Entnahmen, einschließlich Sach-, Leistungs- und Nutzungsentnahmen. Das sind quasi alle Zahlen, die ihr braucht, um quasi so eine Umsatz, um am Ende auch die Einnahmenüberschussrechnung in eurer Steuererklärung zu haben. Und dieses Format, also dieses Format, braucht ihr zumindest. Ihr braucht das natürlich nicht zwingend von uns, aber diese Reihenfolge und dieser Aufbau sollte das Ganze haben, sonst habt ihr ein bisschen so ein Problem, weil dann müsst ihr manuell rechnen und manuell ist immer doof, weil es kostet viel Zeit und ist extrem fehleranfällig. Und das andere, was ich schon erzählt habe, das Softwarezertifikat. Das heißt, das ist für die laufende Buchhaltung, in erster Linie für die laufende Buchhaltung wichtig, dass das Ganze GÖBD-konform ist. Und da muss es irgendwie so ein Softwarezertifikat, Test-Hab, wie auch immer geben. Darauf solltet ihr unbedingt achten. Es ist eigentlich dreist, dass man Software anbieten kann, die das nicht hat, aber da gibt es keinerlei Einschränkungen und Vorschriften. Die Tools sagen es euch halt einfach nur nicht und am Ende steht ihr aber in der Haftung, das richtige Tool zu verwenden. Was für die Steuererklärung, also für die Buchhaltung ist das Softwarezertifikat wichtig, worauf ihr achten müsst, wenn ihr das Tool aussucht für eure Steuererklärungen. Also einmal im Jahr, ihr macht eure Steuererklärungen, das heißt die jährlichen Arbeiten. Die Softwarelösung, für die ihr euch entscheidet, die muss anbieten, dass ihr eine Anlage G anlegen könnt, eine Anlage S anlegen könnt, eine Anlage EUR anlegen könnt. Das wird euch nicht überraschen, dass Anlage EUR, natürlich eure EUR ist die aus der Buchhaltung bekommt. Und ihr solltet Umsatzsteuererklärungen damit machen können und auch eine Gewerbesteuererklärung. Und das seht ihr auch alles auf der Webseite von diesen ganzen Tools, weil das wird da definitiv draufstehen, aber ich habe gleich auch nochmal ein paar Empfehlungen dafür, welche notwendig sind. Es gibt auch ein paar Tools, die sich quasi als Steuererklärungstools verkaufen, mit denen kannst du theoretisch auch Umsatzsteuervoranmeldungen und so weiter machen. Das könnt ihr auch machen, dass ihr quasi mit einem Tool, mit dem man eigentlich die Steuererklärung macht, dann auch die unterjährige Buchhaltung macht. Kann man machen, ist allerdings dann nicht besonders komfortabel. Das ergibt dann Sinn, wenn ihr zum Beispiel als Kleinunternehmer anfangt und sowieso nur einmal im Jahr eure Buchhaltung macht und dann irgendwann mal ein bisschen vielleicht Umsatzsteuer zahlt und dann quartalsweise macht und so euch langsam dem annähert, dann solltet ihr aber irgendwann zu dem Punkt kommen, wo ihr sagt, okay, ich hole mir ein Buchhaltungsprogramm und ein Steuererklärungsprogramm. So, gibt es jetzt noch Fragen. Christian schreibt, bei Wieso Steuersparbuch müssen Belege bei der Eingabe einem Steuerkonto zugeordnet werden, bei der Steuersparerklärung nicht. Hat das Vor- und Nachteile? Bei Wieso Steuersparbuch müssen Belege bei der Eingabe einem Steuerkonto zugeordnet werden, bei der Steuersparerklärung nicht. Hat das Vor- oder Nachteile? Ich weiß nicht genau, was du mit... Magst du mir noch einmal dazu sagen, was du exakt mit Steuerkonto meinst? Also Wieso habe ich tatsächlich auch offen und habe einen Account, können wir gleich auch mal reingucken, wenn du mir dann sagst, wo ich klicken muss. Also ich weiß nicht genau, was du mit Steuerkonto meinst. Grundsätzlich ist es nicht notwendig, dass du Belege in der Software unbedingt hast. Es gibt zwar die Grundregel, dass du Belege brauchst, um was nachzuweisen, zumindest um das meiste nachzuweisen. Aber ob du die Belege nur in der Software hast oder in einem Ordner hast oder auch tatsächlich geordnet auf dem Stapel irgendwo hingelegt hast, in eine Klarsichtfolie hast oder in einem Schuhkarton hast, den du dann so nimmst und bei dir in den Keller oder auf den Dachboden stellst, das ist Jacke wie Hose. Kannst du gerne machen, wie du willst. Deswegen finde ich das grundsätzlich auch gut, wenn du nicht dazu gezwungen wirst, das unbedingt machen zu müssen. Genau, können wir uns im Zweifel aber gleich nochmal angucken, weil ich tatsächlich auch wie so offen habe gerade. Markus schreibt noch, Hinweis, gegebenenfalls mehrere EUER-Anlagen in der Einkommensteuererklärung und mehrere Unternehmungen eines Unternehmens in der Umsatzsteuererklärung. Hast du vollkommen recht, Markus, vielen Dank, beste Assistenz. Wenn du irgendwann mal einen Job suchst, ich weiß nicht, was du sonst so machst, aber dein Assistieren in deinem Webinar ist schon ganz gut. Wenn ihr mehrfach selbstständig seid, bedeutet das natürlich, dass ihr auch mehrere Einnahmen in Überschussrechnung erstellen müsst und zwar pro Business halt eine. Das heißt, wenn ihr zwei Selbstständigkeiten habt, dann müsst ihr zwei Einnahmen in Überschussrechnung machen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den Markus anspricht, ihr müsst nur eine Umsatzsteuererklärung machen. Das heißt, ihr müsst, wie ihr als Einzelunternehmen, wenn ihr mehrere Selbstständigkeiten habt, müsst ihr das für die Umsatzsteuererklärung alles zusammenrechnen. Für die Einnahmen-Überschussrechnung oder die Anlage EUER nicht. Da müsst ihr das auseinanderrechnen und getrennt machen. Da dürft ihr das auch gar nicht tatsächlich zusammenrechnen. Ich würde euch aber generell immer sagen, wenn ihr mehrere Selbstständigkeiten habt, solltet ihr euch immer überlegen, ergibt das Ganze inhaltlich auch Sinn, dass ihr das als mehrere Selbstständigkeiten parallel laufen lasst? Oder aber führt ihr das nicht irgendwie zusammen? Meiner Erfahrung nach ist es möglich, in drei Viertel der Fällen die Selbstständigkeiten einfach zusammenzulegen. Es gibt nahezu keine Nachteile, einfach den Geschäftszweck zu erweitern und ein bisschen weiter zu fassen und dann einfach mehrere Ideen als eine Selbstständigkeit mit einer Steuernummer in einer Einnahmen-Überschussrechnung in einer Buchhaltung zu machen. Spart euch unfassbar viel Arbeit. Das ergibt sehr, sehr häufig Sinn. Wie gesagt, es ist bestimmt zwei Drittel, drei Viertel der Fälle, da wäre das möglich und ihr spart euch viel Arbeit, viel Geld, wenn ihr externe Dienstleister habt. Oder generell, ihr müsst halt auch nur einmal ein Buchhaltungsprogramm haben und so weiter. Und auch für die Umsatzsteuererklärung hast du vollkommen recht, da muss man das Ganze nämlich zusammenrechnen, auch in der Umsatzsteuervoranmeldung übrigens alles zusammenrechnen. Und das ist unter Umständen auch manueller Aufwand, der echt ätzend ist. So, eine Frage, die sich jetzt vielleicht die ersten stellen, ist, was ist denn das mit Elster Online? Wo ist denn da der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied? Wie macht man das denn da so richtig? Ich möchte Elster Online an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, weil ich grundsätzlich auch ein großer Elster Online Fan bin. Weil Elster Online steht auch ganz oben da, Elster ist ihr Online-Finanzamt. Elster Online ist quasi das Webinterface vom Finanzamt. Und wo ihr frühe Papierformulare ausgefüllt habt, könnt ihr heute einfach euch bei Elster Online einloggen und da quasi die digitalisierten Papierbelege ausfüllt. Also, es ist tatsächlich vom Handling leider auch nicht viel besser, als vom Stapel Papier zu sitzen, aber es ist komplett kostenlos vom Finanzamt und das könnt ihr machen. Wir haben auf diesem Kanal eine ganze Reihe an Tutorials von Elster Online. Also, wie man sich anmeldet, wie man den Frageburten zu stellen in der Fassung ausfüllt, wie man umsatzsteuervoranmeldung macht, wie man zusammenfassende Meldungen macht. Ich weiß gar nicht, was wir alles erklärt haben. Wir machen regelmäßig Elster Online-Tutorials auf diesem Kanal. Schaut euch gerne um oder abonniert auch den Kanal. Der kriegt ja alle zukünftigen. Ihr könnt theoretisch alles mit Elster Online machen. Das ist nur wahnsinnig in der Usability und der Verständlichkeit eine reine Katastrophe, um es mal so zu sagen. Das ist so richtig behördendeutsch designt, um nicht verstanden zu werden. Genau so ist Elster Online gebaut. Deswegen haben wir so wahnsinnig viele Tutorials gedreht dazu. Die könnt ihr euch natürlich gerne rein anschauen. Das Schöne an Elster Online ist, ist komplett kostenlos. Ihr könnt quasi auch über Elster Online eigentlich nahezu alles machen. Ihr müsst euch hier nur einmal registrieren und das dauert so ein bisschen, weil ihr sowohl einen Brief bekommt, tatsächlich zu euch nach Hause, als auch eine E-Mail. Und ihr könnt erst, wenn ihr beides habt, euch einloggen und euren Account quasi erstellen. Das kann so bis zu zwei Wochen dauern, der Anmeldeprozess bei Elster Online. Aber weil ihr da auch wirklich quasi alles machen könnt, also eure Sitzverlegung beantragen, also Umzüge, wenn ihr geheiratet habt, wenn ihr Kinder frei betrifft. All die Sachen, die man sonst beim Finanzamt machen würde, die könnt ihr bei Elster Online machen. Und es ist auch so ein bisschen die Agenda vom Staat und von der Finanzverwaltung, dass sie das immer weiter noch ausbauen. Deswegen kann ich sowieso jedem grundsätzlich, jedem Selbstständigen grundsätzlich empfehlen, macht euch einen Account bei Elster Online. Das ist quasi die Online-Behördengänge. Und ich persönlich hacke sehr gerne immer darauf rum, wie undigital eigentlich Deutschland ist in der Verwaltung und so weiter. Man muss aber schon sagen, dass die Finanzverwaltung, also das Finanzamt, einer der digitalsten Behörden ist in Deutschland. Da gibt es noch einige grausige, schlimmere Fälle. Und Elster Online sieht zwar nicht geil aus und ist auch ätzend zu bedienen und echt schwer zu verstehen. Man muss manchmal lange suchen, aber man kann echt viel machen. Christian hat nochmal geschrieben, Bewirtungskosten, Heizkosten und so weiter. Das klingt alles sehr, sehr, sehr stark nach Buchungskonten, also nach deiner laufenden Buchhaltung. Christian, machst du deine laufende Buchhaltung in Viso tatsächlich? Dann, ja, das ist genau das, was ich angesprochen habe. Du kannst, wenn dein Business noch nicht so riesengroß ist, kannst du auch quasi deine Buchhaltung, also deine betrieblichen Ausgaben und Kosten, die kannst du natürlich auch in Viso erstmal erfassen. Das ist relativ viel Aufwand, wie du vielleicht auch merkst, wenn du da überall die Belege dazu packen musst. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, das zu tun. Du musst halt eine Ordnung haben. Im Gesetz steht O-Ton, ein sachkundiger Dritter muss in einer angemessenen Zeit sich einen Überblick über deine Buchhaltung verschaffen können. Okay, das ist nicht O-Ton, aber sinngemäß steht das da. Das heißt, ein sachkundiger Dritter, das heißt, jemand der Ahnung hat, muss relativ zumutbare Zeit, keiner weiß, was es ist, muss aber in einigermaßen kurzer Zeit in der Lage sein, dein System zu verstehen. Und wenn dein System ist, hier Kollege, hier ist mein Laptop, da sind online die Zahlen drin, hier ist mein Ordner oder hier sind die Belege einmal ordentlich absortiert, dann ist das System fein. Der Gesetzgeber schreibt nicht vor, dass das unbedingt online alles so hochgeladen sein muss und so weiter. Das ist nicht notwendig. Kann ich dir aber empfehlen, weil das dann da abgespeichert ist. Grundsätzlich ist aber tatsächlich perspektivisch, solltest du dir darüber Gedanken machen, ob du wirklich alles über quasi das Steuererklärungstool machen willst oder ob du nicht einfach irgendwann ein Buchhaltungsprogramm nimmst. Und genau, dass du einmal deine Buchhaltung machst, bis du sie abgeschlossen hast und dann quasi die Einnahmenüberschussrechnung, also das Ergebnis der Buchhaltung nimmst und damit dann anfängst, deine Steuererklärung zu machen. Ansonsten möchte ich euch meine drei Tipps, eben schon ausführlich angekündigt, jetzt aber auch vorstellen. Und zwar gibt es drei Empfehlungen, die ich für euch habe, ein bisschen abhängig davon, wie affin ihr seid, worauf ihr so steht und solche Sachen. Ich stehe hinter allen drei Lösungen. Das heißt, für eure Jahressteuererklärung, wie gesagt, Steuerbot, Taxfix, Wundertax, ich weiß auch nicht was alles, die könnt ihr alle leider nicht benutzen. Meine drei Empfehlungen sind einmal Smartsteuer, Smartsteuer auch sehr gut geeignet in Verbindung mit LexOffice. Gucken wir uns gleich mal an. Dann gibt es Wieso Steuer, das heißt immer irgendwie ein bisschen unterschiedlich, aber Christian, was du zum Beispiel verwendest, Wieso Steuersparbuch, genau das wäre das, was ich auch empfehlen würde. Und drittens Elster Online. Das gucken wir uns jetzt alle drei mal ein bisschen genauer an, was sind so die Vorteile, die Nachteile. Wir können uns die Interfaces mal anschauen, einfach damit ihr so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, was ist eigentlich für euch geeignet. Weil man kann pauschal nicht sagen und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, das eine ist jetzt wirklich besser oder rechnet mehr oder holt euch mehr Kohle raus. Das war vielleicht vor zehn Jahren mal so der Fall und das war auch, da kenne ich auch ein paar Leute, die das früher beruflich gemacht haben, die sich dann die absurdesten Einzelspecial-Fälle irgendwie ausgedacht haben, um Fehler in der Berechnung von diesen ganzen Steuertools zu finden. Die sind so minimalst, also inzwischen sind diese Softwarelösungen so weit entwickelt, auch die Berechnung ist so gut, da passiert in der Regel kein Fehler. Wenn ihr wirklich Dinge habt, die wirklich wenige Leute haben, wenn ihr Grenzgänger seid, wenn ihr, keine Ahnung, in Österreich wohnt, in München aber ein Büro habt und jeden Tag hin und per pendelt, jetzt aber in Corona doch nicht gependelt seid und solche Sachen, dann habt ihr einfach einen sehr, sehr komplexen, ja, also einfach sehr aufwendigen Steuerfall. Da solltet ihr unter Umständen sowieso vorher einmal mit dem Steuerberater sprechen, um zu wissen, wann, wie seid ihr eigentlich steuerpflichtig und was müsst ihr eigentlich wo abgeben und Betriebssitz und all solche Sachen. Das heißt, das kann sein, dass ihr da dann auch irgendwann an Grenzen stößt mit den Steuertools, aber diese drei Steuertools, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ne, die tragen gar nicht meinen Namen, aber ihr wisst, was ich meine, hinter denen stehe ich auf jeden Fall, die kann ich euch vollkommen vorbehaltslos empfehlen. Ich habe davon auch übrigens gar nichts. Ich möchte das an der Stelle nochmal erwähnen. Ich habe keinen Affiliate-Deal, ich kriege keine Provisionen, die bezahlen mich nicht, gar nichts. Ich bin so ein Steuermensch von der Kontosteuerberatung. Ich habe mit den drei eigentlich nichts am Hut. Ich mache das einfach nur, weil ich hoffe, dass ihr danach ein bisschen weniger Steuerstress habt. Gucken wir uns als erstes Smartsteuer an. Für mich persönlich Vorteile von Smartsteuer ganz, ganz, ganz klar und das ist auch der Grund, ich habe euch versprochen, ich habe es angekündigt, ich werde es euch sagen, warum ich jahrelang Smartsteuer benutze. Und meine Mama macht auch noch nach wie vor alles mit Smartsteuer. Mein Papa weiß ich gerade nicht. Also, ich würde das nicht überraschen, wenn es einen Steuermenschen in der Familie gibt, dann muss der immer für die ganze Verwandtschaft die Steuererklärung machen. Deswegen weiß ich ungefähr, wer welches Tool benutzt. Smartsteuer war wirklich über Jahre hinweg immer das Steuererklärungstool und auch meine letzte Steuererklärung mit meiner Frau zusammen, also ich bin angestellt bei der Kontosteuerberatung, aber meine Frau ist selbstständig, haben wir auch über Smartsteuer gemacht. Und zwar aus einem Grund. Die Anbindung an LexOffice. LexOffice ist die beste Cloud-Buchhaltungssoftware, die es gibt und ihr könnt jetzt natürlich Klick für Klick alles schön machen. Ihr könnt auch eine schöne EUR bekommen bei LexOffice und so weiter. Schöner ist es aber, wenn ihr das einfach mit einem Klick übertragen könnt und da ist das Ganze Schöne, weil Smartsteuer und LexOffice gehören zu einem Unternehmen. Und die gehören nämlich beide zu Haufe und deswegen funktionieren die einfach sehr, sehr gut miteinander und ihr könnt da mit nur zwei Klicks quasi die kompletten Buchhaltungsdaten, die ihr hattet, an Smartsteuer übertragen und könnt dann da die Jahresarbeiten machen. Deswegen ist da so dieser Übergang von der laufenden Buchhaltung hin zu den jährlichen Steuererklärungen hervorragend gelöst. Auch wirklich so gut gelöst, wie ich es bei keinem anderen sehe. Deswegen ist Smartsteuer auch in dieser Liste. Smartsteuer hat einen unfassbar umfangreichen Hilfebereich. Also mit Tipps und Tricks und was man sparen kann und so weiter. Die haben übrigens auch einen sehr interessanten YouTube-Kanal. Das heißt, bitte jetzt noch nicht gehen, aber ihr könnt gerne mal einfach auf YouTube nach Smartsteuer gucken. Wenn ihr einen Kommentar schreibt, sagt mal liebe Grüße von der Kontosteuerberatung, damit die wenigstens wissen, dass ihr irgendwann mal von denen geredet habt. Ich habe noch nie mit denen selber geredet, empfehle die aber irgendwie jedem zweiten Video. Und insgesamt finde ich das Ganze sehr, sehr übersichtlich. Wie gesagt, wir gucken uns das gleich mal an. Insgesamt finde ich das sehr, sehr gut aufgebaut. Großer Nachteil meiner Meinung nach ist, dass es keine mobile App hat. Also ihr bedient Smartsteuer über eine Browser-Version. Ihr müsst es auch nicht installieren. Das ist also eine Web-Browser-Lösung. Es gibt aber keine mobile Smartphone-App. Und das ist ehrlicherweise schon so ein bisschen heute so State-of-the-Art. Und ich mache das eigentlich auch ganz gerne, gerade wenn es darum geht, bestimmte Unterlage und Belege zu digitalisieren. Dann nehme ich halt, mache ich halt gerne einfach ein Foto. Ist einfacher, als mit einem Laptop das irgendwie zu was zu machen. Und Smartsteuer setzt zwar sehr viel auf Informationen, aber die haben es in sich. Die sind schon sehr mächtig und teilweise schwer verdaulich, weil es einfach so umfangreich ist. Und am Ende, wenn du jemanden fragst und um Rat und um Hilfe bittest und dann einfach so ein 26.000-Wörter-Ratgeber-Artikel vorgeknallt bekommst, dann ist dir auch nicht wirklich geholfen, weil bis du das durchgelesen hast, hast du mit einem anderen Tool die Steuererklärung schon dreimal gemacht. Also diese Balance zu finden von sinnvollen Hinweisen und ich bin vollkommen überfrachtet und überladen, die ist Smartsteuer nicht ganz so gut geglückt. Ihr findet alle Informationen auf jeden Fall immer bei Smartsteuer, gerade auch in dem Hilfe-Bereich. Aber ihr werdet auch unter Umständen ein bisschen erschlagen. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, das schauen wir uns am besten doch einfach mal gemeinsam an. Und zwar gehen wir auf die Webseite, Smartsteuer, Steuererklärung online machen und ich refreshe noch einmal den Browser. Hier, insgesamt haben in den letzten 11 Jahren die Leute mit Smartsteuer schon 1,3 Milliarden Euro an Kohle wiedergeholt. Und so weiter. Auch Testsieger, Testsieger sind sie irgendwie immer alle. Und hier kommen wir zu dem ganz wichtigen Thema. Es gibt Selbstständige und Gewerbetreibende, die bekommen hier alles, was sie brauchen. Das ist genau das, was ich gesagt habe, wonach ihr auswählen solltet. Du kannst natürlich die Einkommenssteuererklärung machen, das ist klar. Aber auch die Umsatzsteuererklärung, die Gewerbesteuererklärung, das ist eine einheitliche Feststellungserklärung, braucht ihr nicht unbedingt. Aber diese beiden Punkte sind genau die Punkte, warum das bei den meisten schwierig wird. So sieht das aus, aber wechseln wir doch einfach mal in das Interface, wie das eigentlich aussieht, wenn man das nutzt. Wenn ihr euch bei Smartsteuer einloggt, dann sieht erstmal euer Dashboard so aus. Das heißt, ihr habt da unterschiedliche Möglichkeiten. Warte, ich versuche das mal ein bisschen größer zu machen. Ja. Ihr seht da so aus, ihr habt die Steuerfälle und könnt dann hier reingehen und dann öffnet sich so der Steuerfall. Und dann habt ihr auf der linken Seite so den Menü, also das, was ihr so durcharbeiten müsst. Erstmal Willkommensbereich, dann eure allgemeinen Angaben zu den Kindern, dann Gewerbebetrieb und so weiter. Hier oben steht immer so aktuell mit den aktuellen Angaben, was ihr wohl wiederbekommt und was nicht. Und wir schauen uns das einfach mal beim Gewerbebetrieb an. Wir gehen hier einmal rein. Also ich habe hier bei Allgemeinen, habe ich Einkünfte Melchior angegeben. Da habe ich, muss ich hier, davon habe ich nichts, muss ich hier angeben, welche Einkünfte ich denn habe. Und hier habe ich gesagt, Gewerbebetrieb. Ich kann hier natürlich auch Selbstständiger, also ich bin Freiberufler oder halt auch beides. Ich bleibe mal bei Gewerbebetrieb, weil dann kommt noch eine Gewerbesteuerklärung. Und hier sieht man das gleich, Import aus LexOffice ist hier quasi direkt möglich und gibt es auch eine Anleitung und so weiter. Hier rechts steht immer, was wird da eigentlich gemacht und hier oben wird einmal erklärt, worum geht es generell zu dem Thema. Also hier ist so die Feldererklärung, hier steht auch, was ich da, also blödes Beispiel, jetzt, jetzt, Anlage G. Das heißt, als Gewerbebetrieb muss ich Anlage G, oder bin ich davor, Anlage G ausfüllen. Und was ich meine mit, du wirst überladen mit Informationen, das finde ich ausreichend. Wenn ich aber keine Ahnung habe, wie ich als Gewerbetreibender meine Steuererklärung machen kann, dann finde ich das ehrlicherweise zu dünn. Ich kann jetzt hier auch draufgehen und sagen Gewinnermittlung. Das heißt, was muss ich denn wissen jetzt über Gewinnermittlung? Und dann werde ich weitergeleitet zu den Informationen, die mir LexOffice, ist schon wieder LexOffice, die mir Smartsteuer zur Verfügung stellt. Und ich scrolle jetzt einfach nur mal kurz durch die Seite, was ich meine mit, du wirst so ein bisschen erschlagen mit Informationen. Das ist gut und es ist auch schön, dass so viele Informationen da sind. Wenn ich aber gerade selbstständig bin, im ersten Jahr vielleicht, und jetzt wissen möchte, wie ich meine Gewinnermittlung machen möchte und mir LexOffice dann auch freundlicherweise, ja for free, alle Informationen gibt, die ich brauche, woanders muss ich dafür viel Geld ausgeben, dann muss ich ehrlicherweise sagen, bis ich das durchgearbeitet habe, da habe ich die Lust verloren, die Steuererklärung zu machen. Ist ja nicht so, dass ich schon immer Lust hatte, die Steuererklärung zu machen, aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber ich wähle jetzt einmal Gewerbesteuer aus oder ein Gewerbebetrieb und hier kann man jetzt mehrere Gewerbe eintragen. Das ist das, was auch eben, wer war das, Markus gesagt hat, man kann hier jetzt natürlich auch mehrere Gewerbe anlegen. Also ich kann jetzt auch einfach ein zweites Gewerbe anlegen, mache ich aber einmal nicht. Und dann könnt ihr hier halt reingehen und da jetzt eure Einnahmen aus Gewerbebetrieb erfassen. Hier, ich erstelle Videos ganz offensichtlich, ich mache manchmal auch Livestreams und bin Videoerklärbär vom Beruf. Und dann könnt ihr hier in den Bereich der Einnahmenüberschussrechnung springen und da könnt ihr dann auch die Daten von LexOffice übernehmen. Und so ist eigentlich der gesamte Aufbau. Ich musste euch da gar nicht so viel zeigen. Ich glaube, ihr habt so ein bisschen vom Look and Feel so einen Eindruck bekommen und so sieht quasi Smartsteuer aus. Habt ihr zu Smartsteuer irgendwelche Fragen eventuell? Reverse sagt Hi. Schön, dass du wieder da bist. Bruce Allee schreibt, dieser Kanal ist gold wert. Ich danke dir von Herzen und Reverse bestätigt das auch noch. Ich danke euch beiden dafür, also ich freue mich über jeden Abonnenten, danke, und jeden, der das unterstützt. Genau, ich wollte zu Smartsteuer reden. Das ist Smartsteuer. Persönlich, große Empfehlung, mag ich. Achso, Preis ist vielleicht noch interessant. Preis ist, gucken wir selber nach. Einen Preis gehen wir mal auf die Webseite und zwar kostet der ganze Spaß 34,99 Euro pro Steuerjahr. Das ist im Durchschnitt. Von allen Steuererklärungslösungen, die es da so gibt, ist das ziemlich im Durchschnitt. Also, so ganz grob preislich müsst ihr mal rechnen mit 20 bis 60 Euro. Was interessanter ist, und wir uns anschauen sollten, ist die zweite Empfehlung, die ich habe. Und die zweite Empfehlung ist ehrlicherweise auch echt richtig, richtig, richtig stark. Und ich glaube, ich würde auch Smartsteuer nicht empfehlen, wenn die Integration zwischen LexOffice und Smartsteuer nicht so gut und smooth gehen würde. Würde ich, glaube ich, Smartsteuer nicht empfehlen, sondern immer nur Visosteuer empfehlen. Denn Viso ist, muss man schon sagen, Weltklasse. Viso ist insgesamt sehr, sehr, sehr umfangreich. Also, du kannst sehr viel mit Viso machen. Das heißt, auch alle Selbstständigkeiten und es gibt auch echt viele, viele Fälle, die selten auftreten. Viso deckt vieles ab. Auch so viel wie, ich glaube, kein anderes Tool. Ich habe natürlich keine vollständige Liste von möglichen komischen Fällen, die man sich so ausdenken kann. Aber Viso deckt unglaublich viel ab. Das Schöne ist, und das gefällt mir wirklich sehr gut, es gibt eine Webversion. Also, die du im Browser aufrufen kannst und eine App für das Smartphone und auch für das Tablet. Warum ich das mag? Weil du bestimmte Angaben, wie heißt du, wie heißt du, ist auch wichtig, hast du Kinder, bist du verheiratet und solche Sachen. Die kann man auch ganz gut einfach am Smartphone oder Tablet eintragen. Und dann gibt es doch vielleicht ein paar Sachen, die macht man einfach, weil die Daten auch eher auf einem Laptop abgespeichert sind. Das heißt, es gibt beides. Und ihr könnt halt auch einen Steuerfall anlegen mit dem Smartphone oder Tablet und dann einfach rüber wechseln und so weiter. Es gibt auch da sehr viele Hinweise, Videos und Tipps. Ich finde, ehrlicherweise, da ist die Balance deutlich mehr gelungen als bei Smartsteuer. Bei Smartsteuer war es so richtig krass. Viel hilft viel. Ist auch manchmal gut, aber manchmal halt auch ein bisschen unübersichtlich. Und das ist aber auch ehrlicherweise bei Viso auch so ein bisschen der Nachteil. Dadurch, dass das so viele Fälle abdeckt, wirkt das so ein bisschen unübersichtlich. Und ich zeige euch auch gleich mal, was ich meine. Ich finde, Smartsteuer finde ich klarer strukturiert. Das kommt so ein bisschen daher auch, dass Viso halt einfach so viele Funktionen hat. Je mehr Funktionen das hat, desto schwieriger wird es darin zu navigieren. Es ist keine Überraschung, dass ein Steuerbot und ein Taxfix in der Usability die schönsten und schnellsten Tools sind. Aber sie können halt nicht so viel. Das heißt, sie können nur die einfachsten Fälle. Und die kann man dann natürlich auch schön darstellen. Und das ist ein bisschen mein Problem mit Viso. Das wirkt auch schon manchmal so ein bisschen unübersichtlich. Und das schauen wir uns am besten auch einfach einmal an. Auch erstmal die Webseite. Genau. Hol dir dein Geld zurück. Da kriegst du natürlich viel Geld wieder. Auch die haben alles Mögliche gewonnen. Auch da kriegst du irgendwelche Erstattungen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, es ist egal, welches Tool ihr benutzt. Ihr kriegt dann nicht mehr oder weniger wieder. Das ist abhängig von euren Eingaben und nicht von den Tools. Den Preis haben wir auch direkt beantwortet. Und auch tatsächlich ein interessantes Feature schon. Und zwar kostet das 29,95 Euro. Was aber tatsächlich ganz interessant ist, du hast auch noch einen Profi-Check. Das heißt, du kannst tatsächlich noch einen Steuerberater drüber schauen lassen über das, was du da verzapft hast. Kostet ein bisschen mehr natürlich. Aber finde ich sehr, sehr cool. Auch gerade, weil ich ja natürlich aus der Steuerberatung komme, finde ich das sehr interessant, wenn so Softwarelösungen einen innovativeren Ansatz fahren, zusammen mit Steuerberatung. Gefällt mir sehr gut. Genau. Und all solche Sachen. Was wir uns jetzt anschauen wollen, ist aber das Interface. Also das Ganze sieht so aus. Du hast auf der linken Seite Einkommenssteuer, Lohnsteuerbescheinigung, Feststellung, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Das ist ja dann auch interessant für euch. Beziehungsweise das ist dann auch der Grund, warum ihr euch nicht für Taxfix und Co. entscheidet, weil ihr hier halt auch Umsatzsteuer und Gewerbesteuer machen könnt. Und da könnt ihr auch einfach direkt anlegen oder das halt auch aus den Vorjahren übernehmen. Wir schauen uns aber kurz einmal den Einkommenssteuererklärungsfall an, nur um euch so ein bisschen das Look and Feel zu zeigen. Auch hier sehen wir auf der linken Seite so ein bisschen Baum, den wir durcharbeiten mit hier zum Beispiel Selbstständigkeit, Freiberuf und selbstständige Arbeit. Dann könnt ihr hier unten weiterklicken und dann könnt ihr hier eine ganze Menge angeben und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine mit es ist so ein bisschen unübersichtlich, es ist alles so ein bisschen kleiner. Und es ist so sehr gedrungen. Ich habe bei Smartsteuer ganz häufig eine Information pro Screen und dann kann ich mich da so sinnvoll, also idiotensicher durchklicken. Hier habe ich ein Screen, da steht halt ganz viel drin. Das muss jetzt nicht pauschal gut oder schlecht sein. Es führt für mich aber schon dazu, dass ich das Gefühl habe so, uff, da muss ich mich jetzt wirklich konzentrieren und habe ich wirklich auch alles gemacht und kann nicht jetzt auch den nächsten Schritt gehen. Natürlich kann ich auch wieder zurückgehen und solche Sachen, aber es ist so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen, es wirkt auf mich ein bisschen überfrachtet. Was wirklich eine Kritik auf einem hohen Level ist, weil ich weiß, wie anderes aussieht. Aber das ist so ein bisschen der kleine Kritikpunkt daran. Ich kann es ansonsten sehr empfehlen. Ich bin preislich günstiger als viele andere mit das Umfangreichste und auch rein von dem Unternehmen, was dahinter steckte. Buhl, absolut seriös. Und die verstehen ihren Job, kann ich deswegen auch nur empfehlen. So, jetzt möchte ich noch einmal auf jeden Fall, um die Reihe quasi voll zu machen, zu sprechen kommen auf Elster. Elster ist meine dritte Empfehlung. Elster ist wahnsinnig umfangreich. Das wird euch nicht überraschen, weil es ist quasi das Finanzamt. Es ist sehr gelogen, wenn ich sage, alles, was du beim Finanzamt machen kannst, kannst du bei Elster Online machen. Das stimmt leider noch nicht, aber da wird es hingehen. Das heißt, es ist sehr, sehr umfangreich. Es ist einfach kostenlos. Das Finanzamt verdient damit nicht Geld, dass ihr euch Software verkauft, sondern verdient daran Geld, dass ihr eure Steuern zahlt. Deswegen haben sie kein Interesse daran, für die Software, für Elster Online Geld zu nehmen. Und es ist wirklich sehr umfangreiche Kommunikation mit dem Finanzamt möglich. Das kann natürlich kein anderes Tool so bieten. Und ehrlicherweise, ich habe das zum Beispiel immer so gemacht, wenn ihr euch zum Beispiel entscheidet für ein bestimmtes Buchhaltungsprogramm und es kann bestimmte Sachen nicht, zum Beispiel er hat keine zusammenfassende Meldung, dann habe ich das immer über Elster Online gemacht. Und ich hatte auch in der Vergangenheit tatsächlich schon mal so einen Fall, bei mir persönlich, mit meiner Frau, wo alle Steuererklärungstools tatsächlich zu einem falschen Ergebnis gekommen sind. Also es gibt solche Fälle. War mir dann zu doof, habe ich mich bei Elster Online eingeloggt, habe das gemacht. Das Problem ist, Elster Online ist wirklich hardcore unübersichtlich. Also Katastrophe. Also ihr müsst wirklich wissen, was ihr da tut, ihr müsst wissen, wo ihr es findet, ihr müsst idealerweise euch auch fachlich ein bisschen auskennen und auch diese Sprache sprechen. Und es gibt da halt auch keine Hilfen und keine Tipps. Das ist das Finanzamt. Das Finanzamt ist nicht dafür da, euch zu erklären, wie ihr am besten eine Steuererklärung macht, wie ihr am besten Steuern spart und solche Sachen. Deswegen gibt es da tatsächlich keine Tipps. Und es gibt auch eine Umfrage, ich habe den Link gerade nicht parat, aber es gibt eine Umfrage von Focus Money. Focus Money hat untersucht, wie hoch die Steuererstattung ist mit unterschiedlichen Tools und haben vor allen Dingen jetzt nicht unterschiedliche Tools untereinander verglichen, sondern Elster mit privaten Steuererklärungstools. Und da ist wirklich das Ergebnis, dass mehrere hundert Euro bei Elster in der Regel weniger erstattet werden im Schnitt, weil da halt keine Tipps und Hinweise gab. Da hast du halt einfach nur Felder. Das sind quasi digitalisierte Formulare. Und deswegen solltest du, wenn du dich auskennst wirklich, dann nutzt Elster Online. Ich würde mal sagen, das Profi-Tool kann ich euch aber ansonsten nicht so richtig empfehlen, weil da müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen und ein bisschen Nerven mitbringen auch. Aber auch das schauen wir uns natürlich einmal an. Und ich möchte euch auf Elster Online als erstes tatsächlich was ganz anderes zeigen, was ich auch sehr, 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 sehr cool finde, was euch helfen wird. Und zwar, hier sind wir einmal bei Elster Online drin. Und zwar haben wir hier, also wenn ihr euch einloggt, also ihr müsst ja noch nicht mal eingeloggt sein, ich sehe gerade, ich bin gar nicht eingeloggt. Ihr könnt hier auf der linken Seite einfach auf elster.de gehen unter weitere Softwareprodukte. Klar könnt ihr alles über Elster machen. Ihr könnt jetzt aber auch hingehen und sagen, ich würde gerne ein anderes Tool nutzen. Und tatsächlich gibt es eine Suchmaschine für das Steuersoftware bei Elster Online. Und dann könnt ihr hier anklicken, welche Lösungen ihr braucht. Ich habe ja immer gesagt, ihr solltet darauf achten, dass der Funktionsumfang ausreichend ist. Und hier könnt ihr einfach mal hingehen und sagen, ich brauche ein Tool, mit dem ich das theoretisch alles kann. Und dann sucht ihr euch einfach das aus, was ihr braucht. Zum Beispiel eine Einkommenssteuererklärung. Und ihr braucht eine Umsatzsteuererklärung. Umsatzsteuererklärung. Und weil ihr Gewerbetreibender seid, vielleicht auch noch eine Gewerbesteuererklärung. Mehr braucht ihr nicht. Und dann könnt ihr unten auf Anzeigen gehen. Und dann werden euch alle, also nicht alle, da gibt es wahrscheinlich auch noch weitere Lösungen, aber dann wird euch unten hier eine ganze Reihe an Softwarelösungen vorgeschlagen, die ihr benutzen könnt, um eure Steuern zu erledigen, die alle diese Funktion haben. Und das ist ganz cool. Und ich, einfach mal, just for fun, suchen wir uns jetzt mal Smartsteuer und Bool, also Visosteuer raus. Hier, Smartsteuer steht schon mal da. Smartsteuer ist schon mal sehr schön. Und dann sehen wir hier die ganze Visoreihe. Visosteuer Berater, Visosteuer Mac, Visosteuer Office und so weiter. Das heißt, Visosteuer auch. Und diese Suchmaschine, die finde ich wahnsinnig praktisch. Wird natürlich auch immer aktuell gehalten. Ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, dass ihr euch das noch in einer Stunde rumgelabert erzählt. Ich hätte euch einmal den Link geben können, den hättet ihr ja selber suchen können. Aber nächstes Mal könnt ihr einfach da direkt selber gucken. Udo Reus ist auch da. Das ist ja schön. Oh Gott, jetzt habe ich ganz viel. Udo. Udo sagt, Visosteuer kann alles. Genau, exakt. Naja, also es gibt ein paar ganz fancy Sachen. Ich würde mal sagen, Finanzamt Korrespondenz kann Viso nicht übernehmen. Also Viso hat nicht den gleichen Funktionsumfang wie Elster Online. Dafür ist es halt aber auch nicht gebaut. Also ganz klar nicht und ist auch nicht notwendig und wird auch nicht passieren. Und kann ich auch noch dringend von abraten, sonst wird das unübersichtlich. So, Tobias schreibt noch, für Sparfüchse, fünf Abgaben für sie, ihre Familie und Freunde inklusive. Tobias, ich weiß nicht, worauf du dich beziehst, aber sparen klingt gut. Ich hoffe, dir alle, für die es relevant ist, die haben es verstanden. Toni schreibt, hi, da bin ich bald, da ich bald freiberuflich im Gesundheitswesen HP, Osteopathie arbeite, fallen Gewerbesteuer und Umsatzsteuer weg. Eine betriebliche Steuererklärung ist somit hinfällig, oder? Nur weil du keine Umsatzsteuer zahlen musst, also ich kann, wenn du sagst freiberuflich, also wenn du Freiberufler bist, dann fällt auf jeden Fall Gewerbesteuer für dich weg. Das musst du nicht mehr machen. Aber nur weil du keine Umsatzsteuer zahlen musst, heißt das nicht, dass du keine Umsatzsteuererklärung abgeben musst. Das kann ich dir dazu sagen, jetzt im Detail, was du machst und so weiter. Das kann ich dir natürlich nicht beantworten. Aber grundsätzlich gibt es einen Unterschied zwischen einer Steuererklärungsabgabepflicht und einer Steuerzahlungspflicht. Und eine Steuererklärung müssen deutlich mehr Leute machen. Reverse schreibt, im Kryptowährungsbereich hat wieso noch Schwächen, ist aber auch verständlich. Leider wird durch die Cointracking-Integration mehr versprochen, als es kann aus meiner Sicht. Ehrlicherweise kriegt man, glaube ich, mit Kryptowährungen, Versteuerung, glaube ich, gerade, das ist, glaube ich, so der, das Ding, mit dem man alle Steuertools, wenn man jemand an, also wenn man ein Stuhl an, wenn man ein Steuertool an die Grenze bringen möchte, dann, 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 dann macht das mit Kryptowährungen. Klaus fragt, was ist der Grund, dass die Steuersparerklärung von der akademischen Verlagsgesellschaft nicht auf der Liste ist? Ganz ehrlich, es ist ein bisschen, das ist jetzt meine subjektive Empfehlungsliste. Ich habe tatsächlich auch, ich habe euch gesagt, dass ich am meisten mit Smartsteuer bisher gearbeitet habe in meinem Leben. Ich habe tatsächlich mit der Steuersparerklärung die ersten fünf Jahre meiner Selbstständigkeit immer alles gemacht. Ich kann das auch empfehlen, aber es gibt eine ganze Reihe. Also die stehen ja auch auf der Liste jetzt, also auf dieser Liste hier so stehen sie auch drauf. Kannst du ohne Probleme nutzen. Und an dieser Stelle auch ein wichtiger Hinweis, wenn ihr ein Tool habt und damit zufrieden seid in den letzten Jahren und das hat alles, was es braucht und ihr kommt damit klar, wechselt bitte nicht. Das nervigste sind Tools zu wechseln, weil alle Tools haben einen coolen Vorjahresübernahme. Das heißt, dass ihr Name, Familienstand, Kinder und all diese ganzen Sachen einfach übernehmen könnt. Das spart euch erheblich viel Zeit und sich auch in eine Software reinzuarbeiten, das dauert auch so ein bisschen. Das heißt, für einen Wechsel muss wirklich schon sehr viel sprechen. Das heißt, Klaus, wenn du mit der Steuersparerklärung happy bist, go for it. Bitte, bitte nicht wechseln, nur deswegen. Udo schreibt, ist Smartsteuer bei Krypto ausgereifter? Andere Frage, wer braucht schon Krypto? Udo, ich brauche Krypto und nein, Smartsteuer ist nicht ausgereifter. Habe ich übrigens auch dem Geschäftsführer von Smartsteuer gerade erst ordentlich unter die Nase gerieben, dass das doch noch nicht so ganz ist. Markus schreibt, cool, den Profi-Check kannte ich für Wieselsparbuch noch nicht, für Selbstständige 258 ist okay. Die Frage ist, und das solltest du mal ganz genau schauen, ja, ist okay, was exakt du da bekommst. Ich kann das jetzt, habe mich da nicht hundertprozentig reingelesen, was die Terms sind und so weiter. Du wirst mit Sicherheit nicht, also du hast natürlich nicht die gesamte Steuerberaterleistung im Sinne von Haftung und hier und da und sowas nicht. Aber, wie ich gesagt habe, finde ich ein geiles Angebot, Profi-Check, sowas gefällt mir immer. Ich mag das, wenn Steuerberatung und Technologie verschmilzt und gut zusammen ein gutes Angebot bilden. Finde ich jedes Mal geil. Macht auch die Kontos-Steuerberatung, also wir mit Kontos zusammen machen wir das ja auch. Und das macht Wiesel auch. Gefällt mir sehr gut. Udo beantworte alle Fragen. Danke, Udo. Profi-Check ist neu seit wenigen Wochen und Buhl arbeitet mit einer Steuerberatungsgesellschaft zusammen. Richtig, genau deswegen finde ich es so gut. Reverse schreibt, Smart-Steuer habe ich noch nie benutzt. Jeder, der mal mit Kryptowährungen gespielt hat, der muss das auch in der Steuererklärung erklären. Zumindest alle, die eine Haltefrist von unter einem Jahr haben, ja. Aber das wird Udo auch wissen, aber Smart-Steuer hilft da nicht wirklich. Markus schreibt, Achtung zum Funktionsumfang. Nach vielen Jahren muss man einen neuen Elster-Account anlegen, weil das Login-Zertifikat bestimmt neue Funktionen nicht kann. Corona-Hilfe und One-Stop-Shop. Ja, es kommt übrigens noch diese Woche, glaube ich, ein Video online, wo ich nochmal kurz darauf eingehe, wie du überhaupt das Elster-Zertifikat bekommst, wie das alles funktioniert und so weiter. Markus, du hast es offensichtlich schon ein paar Mal gemacht. Bei Smart-Steuer war der Preis, 35 Euro, 34,99 Euro. Ach, Tobias, da war der Spartipp mit den fünf. Stimmt, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht ist das auch einer der Gründe, ja, je steuernah und fünf Abgaben. Richtig, ganz wichtig, hier Smart-Steuer, du zahlst 35 Euro im Jahr, aber du kannst fünf Abgaben machen. Und du hast halt auch einen Account, also in meinem Account ist halt meine Mama und mein Papa auch mit drin. Ich möchte euch, und dafür muss ich euch einmal nochmal ganz kurz auf die Präsentation bringen, weil ich mich einmal ganz kurz für euch bei Elster einloggen möchte, um euch zumindest einmal das Look-in-Feel von Elster mitzugeben, werden ja vielleicht ein paar Leute ein Interesse haben. Und das war noch mein Agenda-Punkt und dann bin ich auch für heute zumindest durch. Genau, aber das, und dann beantworte ich gerne auch nochmal alle Fragen, die da irgendwie so auftauchen. Elster Online sieht im Wesentlichen jetzt nicht ganz fundamental anders aus. Wie gesagt, da gibt es auch schon eine ganze Reihe an Videos auf diesem Kanal, wo wir das über sich gegeben haben, wie man sich registrieren kann, wie man die wichtigsten Sachen machen kann und so weiter. Hier muss ich ein bisschen mehr aufpassen, was ich zeige, aus dem einfachen Grund, weil ich kann bei Elster Online natürlich keinen Demo-Account anlegen. Wie ihr seht, das ist quasi der echte Account und ihr seht auch so ein bisschen, dass da schon ein bisschen Action drin gewesen ist, dass wir da so ein paar Sachen drüber gemacht haben. Was ich euch vor allen Dingen zeigen möchte, also hier oben seht ihr halt Schnellauswahl, das Wichtigste, was ihr verstehen und können müsst, also das Wichtige, was ihr kennen müsst, ist hier Formulare und Leistungen, alle Formulare und dann seht ihr quasi alle Formulare aufgelistet, auch nach Steuerart und so weiter. Und wichtig hier ist zum Beispiel die EUR, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, kannst du Anlage EUR machen, aber auch für die Einkommenssteuer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Einkommenssteuererklärung machen möchte, für das Jahr 2021, dann kann ich, sehe ich, dass ich das schon mal gemacht habe, dann muss ich hier einmal ganz kurz ein paar Daten eingeben, mache ich einmal, um zum nächsten Schritt zu kommen. So, jetzt muss ich, jetzt geht es hier schon mal los, dass ich zigmal Ja, Nein, Ja, Nein, Ja, Nein, und das ist so, das gibt mir so die Vibes von, ich klicke jetzt einfach mal Bild drin rum, es gibt mir so ein bisschen die Vibes von so einem Stapel Papier, den ich hier durcharbeiten muss. Und ihr seht, ihr seht, wie angenehm das ist. Das sind ja noch simple Ja, Nein-Fragen, die funktionieren. Natürlich, hier gibt es jetzt keine Steuerspartipps und solche Sachen. Und es gibt vor allen Dingen auch in sich keine Logik. Das ist halt anders bei Viso und das ist auch anders bei Steuersparerklärungen und so weiter. Und hier seht ihr auch den ganzen Stapel. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal alles angeklickt, die Anlagenauswahl. Weil allein hier blutet mir das Herz ehrlicherweise bei, was Dings betrifft, was Usability betrifft. Weil wenn ich eh eine Liste habe, wo ich Haken rein- und raussetzen kann, warum musste ich denn für jedes Ding gerade Ja und mein Einzelding anklicken? Warum sehe ich nicht sofort den Screen und soll einfach nur das auswählen, was ich brauche? Die drei, vier Schritte vorher, die hätte man sich einfach sparen können. Und auch die Erklärungen. Man hat Erklärungen, die sind halt so, wie so Erklärungen vom Finanzamt sind. Das, jetzt bin ich gerade wieder im Weg. So sind sie halt. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche das alles, dann kann ich weitergehen. Und dann sieht man auch so ein bisschen die normale Älster-Aufteilung. Man sieht hier links immer, wenn man draufklickt, hat man so das Menü. Da ist dann quasi der Stapel an Formularen. Die heißen ja auch Anlage und so. Dieses Wort Anlage musst du bei Viso oder bei Smartsteuer und auch bei allen anderen Tools lange suchen. Aber du musst quasi die Logik der Steuerformulare kennen, um in Älster gut klarzukommen. Und dann trägst du das alles ein. Was mich hier noch ein bisschen zusätzlich stört, ist, dass da keine interne Logik drin ist. Wenn du hier einmal irgendwo was mit Kind, also wenn du bei Viso sagst, ey, du hast keine Kinder, dann musst du nicht noch danach 26 Mal sagen, nee, ich habe immer noch keine Kinder. Nein, auch immer noch, immer noch, immer noch nicht. Das heißt, diese Eingabe ist halt intelligent und packt dann am Ende die Zahlen dahin, wo sie hingehören. Älster ist halt nicht so intelligent. Da wird das einfach stumpf durchgezogen. Und da musst du halt jedes Feld ausfüllen. So wie Hals- und Papierformularen, nur digital. Deswegen sehe ich an der Stelle schon Nachteil. Auf der anderen Seite ist es halt das Korrekteste. Ich meine, alles, was ich hier, das ist der Staat. Das heißt, das, was ich hier eingebe, das ist Kommunikation mit dem Staat. Und im Zweifel hat der Staat halt recht. Klar macht er auch manchmal Fehler, auch bei der Steuerberechnung und so weiter. Aber, also, Elster Online ist schon richtig und ist vor allen Dingen natürlich auch umfangreich. Also, wenn ich mir da jetzt mal angucke, ich gehe nochmal zurück, ohne Speichern verlassen. Wenn ich mir mal angucke, was ich da machen kann, dann gibt es da echt viel, auch ehrlicherweise vieles, was man nicht unbedingt haben muss. Aber wenn man sich einmal auskennt damit, wie das funktioniert, dann Rennwett und Lotteriesteuer. Guck mal, das kann Wieso zum Beispiel nicht. Die Frage ist, braucht ihr das jemals in eurem Leben? Aber deswegen, es gibt eine ganze Menge an Formularen und das könnt ihr alles darüber machen. Deswegen bin ich grundsätzlich ein großer Smartsteuer-Fan, muss ich an der Stelle, Smartsteuer, ein großer Elster Online-Fan. Ihr merkt, ich bin heute durch mit Reden. Genau, ich bin großer Elster Online-Fan, sehe es aber sehr stark ein, dass das alles andere als benutzerfreundlich ist. Habt ihr sonst jetzt noch Fragen? Welches Tool ihr benutzen wollt, sollt, zu anderen Tools, soll ich euch noch irgendwas zeigen? Habt ihr sonst noch irgendwas auf dem Herzen? Ich beantworte gerne alles. Reverse schreibt, wie kann man prüfen, wie lange das Elster Online-Zertifikat noch gilt? Nicht, dass ich eines Tages die Umsatzsteuer-Fan-Meldung ermitteln will und komme nicht mehr bei Elster rein. Da Udo da sind alle inhaltlichen Fragen, er eh beantwortet. Udo schreibt, Zertifikat gilt drei Jahre, Finanzverwaltung schickt ein paar Wochen vor Ablauf eine Mail, wenn du bei MeinElster registriert bist. Und was jetzt noch eventuell dazu kommt, so grundsätzlich hier, Markus hat auch noch gesagt, OSS, das geht zum Beispiel, da will ich vielleicht ein bisschen kleine Einschränkung machen, weil es gibt, das One-Stop-Shop-Ding machst du halt nicht über, das machst du nicht über Elster Online, das machst du über das Bob-Portal. Was aber genau das genau so aussieht, das ist aber das Bundeszentralamt für Steuern Online-Portal, Abkürzung Bob, das sieht exakt genauso aus, meldest du dich auch mit der gleichen Zertifikatsdatei an und so weiter. Das ist jetzt natürlich deutlich auch im Rahmen des One-Stop-Shop extra wichtig geworden. Tobias schreibt, bei so einem User-Interface könnte es passieren, dass man zwischendrin ein Kind bekommt. Ja, das ist halt, genau, deswegen haben sie es wahrscheinlich gemacht, dass du fünfmal nacheinander bestätigen musst an unterschiedlichen Stellen, dass du immer noch kein Kind bekommen hast, weil es könnte ja sein, dass du, bis du da angekommen bist, zwischendrin ein Kind bekommen hast, das hat halt so ein Viso oder so ein Smart-Steuerhalt nicht nötig, beantwortest du, bist du schon lange fertig mit deiner Steuererklärung. Außer du liest die Help-Center-Artikel von Smart-Steuer durch, auch da könnte es sein, dass du zwischendrin Kinder bekommst. Markus schreibt auch noch, interessant zu Elster, bei mein Bob habe ich gelernt, dass das amtliche Formular kaufmännisch rundet, aber Bulldata zu meinen Gunsten und das erlaubt ist. Das ist so ein bisschen, vielleicht generell, das ist halt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, Elster ist halt quasi der Staat und Bull halt nicht. Und du bist Kunde bei Bull und Bull versucht natürlich für dich, also für Elster, wieso, versucht da natürlich das für dich rauszuholen und Elster versucht halt, ja, ich würde mal sagen, deutsche Beamtengründlichkeit, Akkuratheit an den Tag zu legen. Und das ist der Staat. SDO Agency Design & Branding Office, Geschäftskonto überkommtest, das ist schon mal gut. Achso, geht ja nicht, Geschäftskonto überkommtest, geht ja nicht. Macht ihr die Buchhaltung für GbRs bzw. Partnerschaftsgesellschaften? Nein, leider nicht. Wir machen alles für euch, wenn ihr solo-selbstständig seid, also wenn ihr ein Einzelunternehmen habt, dann machen wir quasi alles für euch. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir, brauche ich dir nicht verlinken, ist als erster Link unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber dir, SDO Agency Design & Branding Office, ich muss dich leider enttäuschen, Partnerschaftsgesellschaften, GbR, generell Personengesellschaften machen wir leider nicht. Ist auch zeitnah nicht geplant, weil es noch so wahnsinnig viele Solo-Selbstständige gibt, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Kommen wir zu dem Punkt, dass wir natürlich wahnsinnig viele Videos auf diesem Kanal schon online haben. Ich weiß nicht genau, wie viele, 180 oder 190, irgendwie so dürften wir sein. Und es lohnt sich extrem, diesen Kanal zu abonnieren. Also ehrlicherweise würde ich sogar so sagen, jeder, der diesen Kanal nicht abonniert, der droht aktiv wichtigste Informationen zu verpassen. Zum Beispiel tolle Webinare über Selbstständigkeit im Ausland. Sowas zum Beispiel. Und auch SDO Agency Design & Branding. Tatsächlich dürfen auch GbRs, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, alle dürfen diesen Kanal abonnieren. Weil tatsächlich auch das Allermeiste auch für euch gilt. Beziehungsweise wenn halt nicht, dann sage ich das auch dazu. Aber ihr dürft alle diesen Kanal abonnieren. Da steckt so viel Schweiß, vor allen Dingen jetzt gerade bei diesem Wetter in Berlin, in fetten Hoodie, so viel Schweiß und Arbeit drin, dass ich mich darüber sehr freuen würde, wenn ihr mich laufend verfolgt. So, Darko schreibt, es wäre klasse, wenn Unternehmer mit Mitarbeitern in den Fokus gerückt werden. Hier sind die Herausforderungen vergleichbar, aber die Prozesse müssen über mehrere Personen verteilt werden. Hast du hundertprozentig recht, habe ich auch schon immer mal ein bisschen überlegt. So ganz kleines bisschen habe ich das in ein paar Videos angerissen. Aber hast du recht, bisher noch sehr stiefmütterlich behandelt. So Minijobber habe ich, glaube ich, zu ein paar Videos, aber das hält sich im Rahmen. Aber nehme ich mal mit auf die Liste. Markus schreibt, oh ja, Angestellte zu haben ist echt kompliziert. Selbst bei geringfügenden Beschäftigten, Aushilten. Eben, und zumindest das Thema können wir vollständig abdecken. Und ehrlicherweise ist der oder die schwierigste Angestellte immer die erste. Weil deine Fixkosten halt von 0 auf 3.000, 4.000 Euro im Monat steigen. Das ist ein Riesensprung. Das heißt, prozentual unendlich, wenn ihr von einem auf zwei Mitarbeiter steigt, dann steigt das ja nur noch um 100%. Und beim hundertsten Mitarbeiter dann halt nur noch um 1%. Und deswegen ist das extrem wichtig, dass da alles läuft. Und dass das alles auch mit der Bundesagentur für Arbeit läuft. Und Anmeldung und Sozialversicherung und Pflichten und weiß der Geier. Und da könnt ihr auch, da kann es echt zu Problemen führen, wenn ihr da nicht alles wisst. Und Unwissenheit schützt halt vor Strafe nicht und so weiter. Ich werde jetzt den Laptop zu klappen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Genießt das Wetter, falls es schön ist. Wenn nicht, dann macht was anderes. Schönen Abend euch und bis dahin. Ciao, ciao.